Kapitel 2 von Das Gemeindekind von Marie Freifrau von Ebner Eschenbach Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. An den Vorstand der Gemeinde Solleschau trat nun die Frage heran, was geschieht mit den Kindern der Verurteilten? Verwandte, die verpflichtet werden könnten, für sie zu sorgen, haben sie nicht. Und aus Liebhaberei wird sich niemand dazu verstehen. In seiner Ratlosigkeit verfügte sich der Bürgermeister mit Pavel und Milada nach dem Schlosse und ließ die Gutsfrau bitten, ihm eine Audienz zu gewähren. Sobald die alte Dame erfuhr, um was es sich handelte, kam sie in den Hof geeilt, so rasch ihre Beine, von denen eines merklich kürzer als das andere war, es ihr erlaubten. Das scharf geschnittene Gesicht vorgestreckt, die Brille auf der Adlernase, die Ellbogen weit zurückgeschoben, humpelte sie auf die Gruppe zu, der ihrer Amtore wartete. Der Bürgermeister, ein stattlicher Mann in den besten Jahren, zog den Hut und machte einen umfänglichen Kratzfuß. »Was will er?« sprach die Schlossfrau, indem sie ihn mit trüben Augen anblinzelte. »Ich weiß, was er will, aber da wird nichts draus. Um die Kinder der Sträuche, die einen braven Pfarrer erschlagen haben, kümmere ich mich nicht. Da ist ja der Bub, wie er ausschaut. Ich kenne ihn, er hat mir Kirschen gestohlen. Hat er nicht?« wandte sie sich am Pavel, der braun-rot wurde und vor Unbehagen zu schielen begann. »Warum antwortet er nicht? Warum nimmt er die Mütze nicht ab?« »Weil er keine hat, entschuldigte der Bürgermeister.« »So?« »Was sitzt ihm denn da auf dem Kopf?« »Struppiges Haar, freiherrliche Gnaden.« Ein helles Lachen erscholl, verstummte aber sofort, als die Kreise in den dürren Zeigefinger drohend gegen diejenige erhob, die es ausgestoßen hatte. »Und das ist das Mädel. Komm her!« Milada näherte sich vertrauensvoll, und der Blick, den die Gutsfrau auf dem freundlichen Gesicht des Kindes ruhen ließ, verlor immer mehr von seiner Strenge. Er glieb über die kleine Gestalt und über die Lumpen, von denen sie umhangen war, und äftete sich auf die schlanken Füßchen, die der Staub grau gefärbt hatte. Einer der plötzlichen Stimmungswechsel, denen die alte Dame unterworfen war, trat ein. »Allenfalls das Mädel«, begann sie von Neuem, »will ich der Gemeinde abnehmen.« »Wohl ich wirklich nicht weiß, wie ich dazu komme, etwas zu tun für die Gemeinde.« »Aber das weiß ich. Das Kind geht zugrunde bei euch. Und wie kommt das Kind dazu, bei euch zugrunde zu gehen?« Der Bürgermeister wollte sich eine bescheidene Erwiderung erlauben. »Rät er lieber nicht«, fiel die Gutsfrau mir ins Wort. »Ich weiß alles. Die Kinder, für welche die Gemeinde das Schulgeld bezahlen soll, können mit zwölf Jahren das A vom Z nicht unterscheiden.« Sie schüttelte unwillig den Kopf, sah wieder auf Miladas Füße nieder und setzte hinzu. »Und die Kinder, für welche die Gemeinde das Schuhwerk zu bestreiten hat, laufen alle barfuß. Ich kenne euch«, wies sie die abermalige Einsprache zurück, die der Bürgermeister erheben wollte. »Ich habe es lang aufgegeben, an euren Einrichtungen etwas ändern zu wollen. Nehmt den Buben nur mit und sorgt für ihn nach eurer Weise. Dafür dient's wohl, ein Gemeindekind zu sein. Das Mädel kann gleich dableiben.« Der Bürgermeister gehorchte ihrem entlassenden Wink, hoch erfreut, die Hälfte der Neuen, seinem Dorfe zugefallenen, lastlos geworden zu sein. Pavel folgte ihm bis ans Ende des Hofes. Dort blieb er stehen und sah sich nach der Schwester um. Es war schon eine Dienerin herbeigeeilt, welcher die gnädige Frau Anordnungen in Bezug auf Milade erteilte. »Baden«, hieß es. »Die Lumpen verbrennen, Kleider aussuchen aus dem Vorrat für Weihnachten.« »Bekommt sie auch etwas zu essen?«, fuhr es Pavel durch den Sinn. »Es ist gewiss hungrig.« Seitdem er dachte, war es seine wichtigste Obliegenheit gewesen, das Kind vor Hunger zu schützen. Kleider haben ist schon gut. Baden auch nicht übel, besonders in großer Gesellschaft in der Pferdeschwemme. Wie oft hatte Pavel die Kleine hingetragen und sie im Wasser plätschern lassen mit Händen und Füßen. Aber die Hauptsache bleibt auch nicht hungern. »Sag, dass du hungrig bist«, rief der Junge seiner Schwester ermahnend zu. »Jetzt ist der Kerl noch da. Wirst dich trollen«, halte das Echo, das seine Worte weckten, vom Schloss herüber. Der Bürgermeister, der schon um die Ecke des Gartenzauns biegen wollte, kehrte um, fasste Pavel am Kragen und zog ihn mit sich fort. Drei Tage dauerten die Beratungen der Gemeindevorstände über Pavels Schicksal. Endlich kam ihnen ein guter Gedanke, den sie sich beeilten auszuführen. Eine Deputation begab sich ins Schloss und stellte an die Frau Baronin das untertänigste Ansuchung, weil sie schon so do pro tiva aller gütigst gewesen, sich der Tochter des unglücklichen Holub anzunehmen. Möge sie sich nun auch des Sohnes desselben annehmen. Der Bescheid, den die Väter des Dorfes erhielten, lautete hoffnungslos verneinend und die Beratungen wurden wieder aufgenommen. Was tun? »Das sind solchen Fällen Gewöhnliche«, meinte der Bürgermeister. Der Bub geht von Haus zu Haus und findet jeden Tag bei einem anderen Bauern Verköstigung und Unterstand. Alle Bauern lehnten ab. Keiner wünschte, den Sprössling der Raubmörder zum Hausgenossen der eigenen Sprösslinge zu machen, mehr noch nur einen Tag lang, in vier oder fünf Wochen. Zuletzt wurde man darüber einig. Die Junge bleibt, wo er ist, wo er sein eigener Vater ihn hingegeben hat, bei dem Spitzbum dem Gemeindehirten. Freilich, wenn die Gemeinde sich den Luxus eines Gewissens gestatten dürfte, wird er es gegen dieses Auskunftsmittel protestieren. Der Hirt erführte einen klassischen Namen, Virgil, und sein Weib gehörten samt den Häuslern, bei denen sie wohnten, zu den Verrufensten des Ortes. Er war ein Trunkenbold, sie, katzenfalsch und bösartig, hatte wiederholt wegen Kurpfuscherei vor Gericht gestanden, ohne sich dadurch in der Ausübung ihres dunklen Gewerbes beehren zu lassen. Ein anderes Kind, diesen Leuten zu überliefern, wäre auch niemandem eingefallen, aber der Pavel, der sieht bei ihnen nichts Schlechtes, das er nicht schon zu Hause hundertmal gesehen hat. So biss man ihn den sauren Apfel und bewilligte jährlich vier Metzenkorn zur Erhaltung Pavels. Der Hirt erhielt das Recht, ihn beim Austreiben und Hüten des Viers zu verwenden und versprach, darauf zu sehen, dass der Jünger am Sonntag in die Kirche und im Winter so oft als möglich in die Schule komme. Virgil bewohnte mit den Seinen ein Stübchen in der vorletzten Schaluppe am Ende des Dorfes. Es war ein Klafter lang und breit und hatte ein Fenster mit vier Scheiben, jede so groß wie ein halber Ziegelstein, das nie aufgemacht wurde, weil der Mosche Rahm und der Beier in Stücke gegangen wäre. Unter dem Fenster stand eine Bank, auf welcher der Hirt schlief, der Bank gegenüber eine mit Stroh gefüllte Bettlade, in der Frau und Tochter schliefen. Den Zugang zur Stube bildete er einen schmaler Flur, in dessen Tiefe sich der Herd befand. Er hätte zugleich als Ofen dienen sollen, erfüllte er aber nur selten einen von beiden Bestimmungen, weil die Gelegenheiten, Holz zu stehlen, sich immer mehr verminderten. So diente er denn als Aufbewahrungsort für die mageren Vorrätein Getreide und Brot, für Vigils nie gereinigte Stiefel, seine Peitsche, seinen Knüttel, für ein schmutzfarbenes Durcheinander von alten Flaschen, henkellosen Körben, Töpfen und Scherben, würdig des Pinsels eines Realisten. Zwischen dem Gerümpel hatte Pavel eine Lagerstätte für Milada zurechtgemacht, auf der sie ruhte, zusammengerollt wie ein Kätzlein. Er streckte sich auf dem Boden dicht neben dem Herder aus und wenn die Kleine im Laufe der Nacht erwachte, griff sie gleich mit den Händen nach ihm, zupfte ihn an den Haaren und fragte, »Bist da, Pavlicek?« Er brummte sie dann an, »Bin da, schlaf du nur.« Bis sie wohl auch zum Spaß in den Finger und sie stieß zum Spaß einen Schrei aus und Vigil wetterte aus der Stube herüber, »Still, ihr Raubgesindel, ihr Galgenvögel!« Beben schwieg Milada und Pavel hob sich unhörbar auf seine Knie, streichelte das Kind und flüsterte ihm leise zu, bis es wieder einschlief. Als er zum ersten Male ohne die Schwester zur Ruhe gegangen war, hatte er gedacht, »Heut wird's gut, heute weckt er mich wenigstens nicht auf, der Balk.« Am frühesten Morgen aber befand er sich schon auf der Dorfstraße und lief geraden Weges zum Schlosse. Das stand mitten im Garten, der von einem Drahtgitter umgeben war. Ein dichtes, immergrünes Fichtengebüsch verwehrte ringsum den Einblick in dieses Heiligtum. Pavel pflanzte sich am Tor auf, das dem des Hauses gegenüber lag, presste das Gesicht an die eisernen Stäbe und wartete. Sehr lange blieb alles still. Plötzlich jedoch meinte Pavel, das Zuschlagen von Fenstern und Türen ein verworrenes Geschrei zu hören, meinte auch die Stimme Miladas erkannt zu haben. Zugleich erbrauste ein heftiger Windstoß, schüttelte die toten Zweige von den Bäumen und trieb die dürren Blätter im rauschenden Tanze durch die Luft. Zwei Mägde kamen aus dem Dienertrakt zum Hause gelaufen, eine von ihnen wäre beinahe über den alten Pfau gestolpert, der im Hofe auf- und abstellste. Er sprang mit einem so komischen Satz zur Seite, dass Pavel laut auflachen musste. Im Schlosse und in seiner Umgebung wurde es nun lebendig, es kamen auch Leute zum Gartentor, wie er aber durch dasselbe ein- und ausging, späte es langsam hinter sich ab. Es war das eine Einführung, die ihre Neuheit wegen manchen Vorübergehenden auffiel. Das Gartentor absperren bei helllichten Tage, was soll denn das heißen, wird sich schwerlich lange halten, die unbequeme Einrichtung. Aber sie hielt sich doch zum allgemeinen und missbilligenden Erstaunen der Dorfbewohner und nach und nach erfuhr man auch ihren Grund. Dem Pavel wurde er durch Winska, des hässlichen Hirten hübsche Tochter, in folgender Weise mitgeteilt. Du Lump, du. Deine Schwester ist just so ein Lump wie du. Die Petruschka aus der herrschaftlichen Küche sagt, dass die gnädige Frau es mit deiner Schwester treibt, wie mit einem eigenen Kind. Und deine Schwester will immer nur auf und davon. Darum wird das Schloss jetzt abgesperrt, wenn ich Geld drohe. Wenn ich die gnädige Frau wäre, ich möchte solche Geschichten nicht machen. Was ich tät, weiß ich. Deinen Vater hat man am Hals aufgehängt. Deine Schwester würde ich an Händen und Füßen binden und an die Wand hängen. Dieses Bild schwebte dem Pavel den ganzen Tag vor Augen und nachts verschwamm es ihm mit einem anderen, dessen er sich aus der Kindheit besann. Da hatte er gesehen, wie der Häger ein gefangenes, blutjunges Reh aus dem Walde getragen hatte. Die Läufe waren ihm mit einem Strick zusammengeschnürt und an denen hing es am Stock über des Hägers Rücken. Pavel erinnerte sich, wie er es den schlanken Hals gebogen, die Ohren gespitzt und das Haupt empor zu heben gesucht. Er erinnerte sich der Verzweiflung, die dem feinen Geschöpf aus den Augen geschaut hatte. Im Traume kamen ihm diese Augen nun vor, aber wie Meladas Augen. Einmal rief er laut, bis da, richtete sich im Halfschlafe auf, wiederholte, bis da, tastete Suchen umher und er wachte darüber völlig. Mit der Schnelligkeit des Blitzes, mit der Gewalt des Sturmes, kam das verweisende Gefühl der Trennung über ihn und warf ihn nieder. Der harte Junge brach in Tränen, in ein leidenschaftliches Schluchzen aus, weckte die Leute in der Stube, weckte der Häusler seine Wandnachbarn mit seinem Geheul. Die ganze Gesellschaft kam herbei, bedrohte ihn und da er taub blieb für jede, auch die nachträglichste Ermahnung, wurde er mit vereinten Kräften zur Tür hinausgeschleudert. Das war eine tüchtige Abkühlung, selbst für den heißesten Schmerz. Pavel blieb eine Weile ganz ruhig und still auf der festgefrorenen Erde liegen. Die ihm völlig neue und grässliche Empfindung einer ungeheuren Sehnsucht verminderte sich allmählich und eine alte, wohlbekannte gerade an ihrer Stelle. Trotz. Kalter, wühlender Kroll. Wartet, dachte er. Wartet, ich werde euch. Der Entschluss, ein Ende zu machen, war gleich da. Der Plan, zu dessen Ausführung, greifte langsam in Pavels schwerfälligen Kopf. Nachdem aber die große Anstrengung, ihn auszudenken, überstanden war, erschien dem Burschen alles Übrige nur noch wie Spielerei. Er wollte ins Schloss eindringen, die Schwester entführen, mit ihr über die Berge in die Fremde gehen, sich als Arbeiter verdingen und nie wieder den Vorwurf hören, dass er der Sohn seiner Eltern sei. Mit dem Bewusstsein eines Siegers erhob Pavel sich vom Boden und ging in weitem Bogen hinter den Häusern des Dorfes, dem Schlossgarten zu. Die Pfeife des Nachtwertes warnte freundlich vor den Wegen, die zu vermeiden waren. Auf den Feldern lag harter, hoher Schnee. Die Erde schimmerte Lichter als der Himmel, an dem die bleiche Mondesichel immer wieder hinter treibenden Gewölk verschwand. Pavel gelangte ans Gartengitter, überkletterte es und ließ sich von oben in die Fichten und dann von Zweig zu Zweig zu Boden fallen. Da befand er sich nun im Garten, wusste auch, in welcher Gegend derselben, in der dem Dorf entgegengesetzten, der besten, die er hätte wählen können. Für jetzt, sowohl wie später, zur Flucht. Von steigernder Zuversicht erfüllt ging er vorwärts, immer geradeaus und man muss zum Schlosse kommen. Was dann zu geschehen hätte, malte Pavel sich nicht deutlich aus. Er ging, Milada zu befreien. Das war ihm herrlich klar und mochte alles übrige Zweifel und Ratlosigkeit sein, der Gedanke erleuchtete ihm die Seele, den hielt er fest. Dass er jämmerlich zu frieren begann in seinen elenden Kleidern, dass ihm die Glieder steif wurden, kremte ihn nicht. Aber schlimm war's, dass immer tiefere Finsternis einbrach und Pavel alle Augenblicke an einen Baum anrannte und hinfiel. Wenn er auch das erste Mal gleich wieder auf die Beine sprang, beim zweiten Male schon kam die Versuchung, bleib ein wenig liegen, raste, schlafe. Trotzdem aber erhob er sich mit starker Willenskraft, tappte weiter und gelangte endlich an das Ziel, das er sich vorgesetzt, ans Schloss. Hochauf schlug ihm das Herz, als er an die alte, verwitterte Mauer griff. Weiß Gott, wie nahe er der Schwester ist. Weiß Gott, ob sie nicht in dem Zimmer schläft, vor dessen Fenster er jetzt steht, das er zu erreichen vermag mit seinen Händen. Es könnte so gut sein. Warum sollte es nicht? Und leise, leise fängt er an zu pochen. Da vernimmt er dicht am Boden ein knurrendes Geräusch. Auf kurzen Beinen kommt etwas herbeigekrochen, um die er sich so sieht, hat es ihn angesprungen und suchte ihn an der Kehle zu packen. Pavel unterdrückte einen Schrei. Er wirkte in Köte aus allen seinen Kräften. Aber der Köte ist stärker als er und wohlgeübt in der Kunst, einen Feind zu stellen. Das Geheul, dass er dabei ausstieß, tat seine Wirkung. Es rief Leute herbei. Sie kamen schlaftrunken und ganz erschrocken. Als sie aber sahen, dass sie es nur mit einem Kind zu tun hatten, wuchs ihnen sogleich der Mut. Pavel wurde umringt und überwältigt, obwohl er raste und sich zu Wehr setzte wie ein wildes Tier. Ende von Kapitel 2. Aufgenommen von Julia Niedermeyer.